Mason Mount, da aus enormer Entfernung, keine echte Torgefahr. Die Riesenchance, Tor ist leer, da ist das Tor, da war natürlich aber auch wirklich alles offen. Da freut er sich, aber da gibt es auch keine Gegenwehr, dann fällt so ein Tor, wir sehen es ja hier in der Wiederholung, schläft die komplette Abwehr, sieht man auch nicht ganz so oft.